Für unsere Arbeit oder das Unternehmen ist die Digitalisierung ein ganz wichtiger Faktor für Innovation. Hier am Standort in Gelsenkirchen wird Digitalisierung ernst genommen. Wir haben viele Projekte in der Stadt, mit der Stadt und ich denke, dass das die Unternehmen hier auch nach vorne bringen wird. Weiter auf dem Weg, den wir schon begonnen haben. Wir möchten uns weiter als innovatives und nachhaltiges Unternehmen der Oberflächentechnik positionieren. Und auch hier die Chancen, die sich in der Region und in der Stadt bieten, nutzen. Es gibt jede Menge Dinge, die sich hier ändern, ganz schnell, ganz direkt. Und es macht Spaß, Teil dieser Veränderung zu sein. Da ist natürlich die Infrastruktur. Wir sind angebunden an Verkehrswege und haben natürlich auch im Bereich der Netzausbauten, der Digitalisierung alle Voraussetzungen. Auch junge Fachkräfte finden wir hier in Gelsenkirchen relativ leicht. Das sind alles Voraussetzungen, die mir als Unternehmer bzw. uns in der Wirtschaft sehr viele Vorteile bieten. Nach Feierabend ist das Wohnzimmer natürlich die Arena auf Schalke mit dem besten Verein der Welt. Das ist das Wohnzimmer. Das ist das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer.